Aloha und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ja, wir gehen weiter. Ich fürchte ja immer noch, wir müssen jetzt gegen den Electrocutioner ran. Nochmal. Also ich schätze, wenn wir oben durch die Tür gehen, wenn ich irgendwie wüsste, wie ich da an die Tür überhaupt drankomme, dann... Mächtiger Badaboom. Nicht da runter, nicht da runter, nicht da runter. Da oben muss ich aber hin, oder? Da oben muss ich hin. Gehen wir nochmal durch die Tür. Irgendwie muss ich jetzt da rauf. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie... muss das gehen. Da habe ich mich jetzt schon wieder vertan. Da wäre... ...na Tür gewesen. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon wieder verlaufen. Beziehungsweise ich habe mich verlaufen. Ihr könnt ja nichts machen, wenn ihr es wisst. Tja. Ich renne ja hier in der Weltgeschichte. Und wir gehen nochmal zurück zu dieser Tür, weil da oben komme ich irgendwie nicht dran. Ich weiß nicht wie, ich kenne mich nicht aus. Deswegen rennen wir nochmal zurück. Der Weg ist ja zum Glück nicht weit. Man sieht ein bisschen was vom Schiff. Ist ja auch schön. Ist ja ein tolles Schiff. Das sind engen Gängen, Luftschächten, was auch immer. Das sind engen Gängen, Luftschicht, was auch immer. Mann, 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 Mann. Ei, 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 das war... So, hier durch die Tür. Hier ist auch der Strom wieder an. Wir müssen hier der Strom wieder an. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Und dann müssen wir noch auf da oben. Autsch. Nachhilfe. Kabel vom Headset nervt ein wenig. So. Hier sind wir. Hier wollten wir noch nicht hin. Wir müssen da durch. Da unten sollte eine Tür sein. Ach, jetzt hört auf, da rumzuschreien. So, da müssen wir lang. So, super. Das war klar. Hallo, Sönchen. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Und weißt du, was wir mit ungebetenen Gästen machen? Das wirst du in Kürze rausfinden. Jetzt kommt's. Beschütz mich von ihm. Mach dir den Kader. Wow, wow, wow. Alter. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn den Arsch auf. Du hast ihn. Du hast ihn. Sie werden dich nicht wieder erkennen, wenn ich mit dir Deutsch bin. Wah. Uah. Nö. Hab gelehnt. Alter. Was ist er denn für ein Vogel? Ich mach dir den Kader kürzer. Zack. Pinguins voll Strecker. Setze im Kampf dreimal den schnellen Batarang ein. Ja, toll. Das war super. Hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Aber ich hab's benutzt. Was soll's. Ich muss immer noch da durch, oder? Wo bin ich denn jetzt? Habe ich ein Level ab? Nö. Also. Oh Gott, keine Karte. Belohnung fürs Abschließen. Gezielter Free Flow. Wo finde ich denn den gezielten Free Flow? Da offensichtlich nicht. Da, oder? Gezielter Free Flow. Erhöhe deine Schadenskraft und verlangsame die Zeit, wenn der Kombozähler zwölf oder mehr erreicht. Haha, toll. Weil ich ja so gut bin darin, Kombos hochzukriegen. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Da hinten ist eine Tür zum Sprengen. Ansonsten. Schauen wir mal, was dahinter ist. Warum springt der da nicht drüber? Das check ich schon wieder nicht. Lieber da das scheiß Gel hin und... Oh, Daten, Datenpaket. Das nehmen wir natürlich mit. Sehr nice. Sehr nice. Wieso sind das denn jetzt zwei? Ich hab doch in dem Schiff schon drei. Ich komm hier manchmal echt nicht mit. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich zum Pinguin kommen. Dann wird nochmal der Electrocutioner kommen und dann... Ja. Sexbewaffnete Gegner, okay. Sexbewaffnete Gegner, okay. Die Falconi sind erledigt. Am Ende, ein sterbendes Imperium. Jetzt. Selig sind die, die da leiden tragen. Wer trägt ein Kleid? Leid. Ist aus der Bied. Äh. Hab den Felser nie gelesen. Aber wenn du gerne beten bist, solltest du vielleicht die Klappe halten und beten, dass dein Boss meinen Boss sagt, was wir wissen. Sonst werdet ihr beide bald. Wie sagt ihr Typen doch gleich? Mit den Fischen schwimmen. Oh, wie originell. Hast du dir das selbst ausgedacht, du schädiger Ansage? Nur noch ein Wort. Er hat mich gerade wieder voll konzentriert, weil ich hier versuche, das mal heimlich zu machen. Oh, da hinten. Ich glaube aber, es hat mich schon einer entdeckt, oder? So, es sind nur noch drei Gegner da. Einer da oben. Hm, der ist blind. Alles klar. Damit waren es nur noch zwei. Machen wir erst den hier hinten. Ja. Das sieht doch hier nach Mr. Freeze aus. Da kannst du mir doch jetzt erzählen, was du willst. Ich schließe eine Jägerbewegung, äh, Begegnung ab, ohne gesehen zu werden. Belohnung ist abschließen. Ein Schallbatterang. Batterang. Schallbatterang. Was macht denn der Schallbatterang? Gezielt anlocken. Ja, toll. Super, ich bin begeistert. Ich komme schon gar nicht mehr rein. Rede mit Falconschläger. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist ein Boss. Was will der Pinguin von ihm? Alberto Falcone. Ich habe keine Ahnung, was der Pinguin von ihm will. Ich schwöre es. Alles klar. Hey, Charakterprofil. Alberto Falcone. Ein Berufsverbrecher. Sehr schön. Krankenakten deuten auf eine psychische Erkrankung hin. Ach. Sohn des Mafia-Bosses Carmine Falcone. Aha. Da. Wer lesen möchte, herzlichen Glückwunsch. Hatten wir jetzt alle Profile eigentlich schon. Ja. Dann. Schauen wir auf eine Karte, wo es weitergeht. Da. Hä? 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 Wo geht's denn jetzt hin? Hinter mir? Ach, da unten ist eine Tür. Ah, gehen wir doch mal da hin. Wupp. Irgendwo gibt's doch jetzt auf dem Bus. Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen. Hey, Baby. Seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt. Und sie einen... Was war's? Psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Bitte! Oh! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum... ...letzten Mal. Was wirst du deinem Vater sagen? Dass wir aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreche's. Ich bring ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdy. Aber ich hör nicht, was ich hören will. So, jetzt. Mal mit Kondensation hier. Hallo? Warum meine ich immer... Da ist... Na, das weiß keiner, warum du die bezahlst. Jetzt warte mal, warte mal ne Minute! Ich hab dich beobachtet! Ich bin auch nicht schlimmer als du! Black Mask! Hat das Kopfgeld auf mich ausgesetzt! Wo ist der? Ich verfolge nicht alle Rachegeschichten hier! Du bist in dieser Stadt nicht sehr beliebt! Läuft die Zeit davon! Ah! Warte! Warte! Lazy Towers! Es gab einen Mord! Es sollte sein Unterschlupf sein! Aber... Black Mask! Hat eigene Probleme wie es scheint! Jemand ist eingebrochen und... Also... Ich spiele keine Spiele, Slade! Sag mir, wo ich Black Mask finde. Du solltest vielleicht noch ein paar Tresente zu haben, sonst ist das hier im Noob vorbei. Na, wir versuchen mal das Kontern. Na, das läuft noch nicht so. Au! Nö! Alter! Ich versuche etwas anderes. Dachtest du, das funktioniert? Ach, der ist scheiße. Hast du die Chance nicht bemerkt, wie ich dir wohl? Hm. Au, Mann, ey, wie macht man denn das jetzt hier? Deine Zurückhaltung! Wenn du zu schnell Deathstroke gegen Angriffe konters, wird dein Konter nicht gelingen. Achte auf den Kampfbeginn. Ja, also... Mit mir kannst du nicht mithalten! Ja, komm, mach was. Mach was dicker. Ich bin starker, schneller, besser. Okay. Naja, das läuft echt nicht. Au! Das... Peile ich jetzt grad nicht. Benutze die Schnellbettklar, um Deathstroke zu unterbrechen, wenn er schießt. Ja, hahaha! Wenn er schießt, genau! Au! Genau! Genau! Wenn er schießt! Au! Gute Reaktion! Bin begeistert! Komm! Mach nochmal! Mach nochmal! Mach! Boah, ich hab ihn getroffen! Na, das... Na, das... Au! Mit mir kannst du nicht mithalten! Dachtest du das funktioniert? First! Du musst schon schneller sein! Dachtest du das funktioniert? Und jetzt? Jetzt läuft's besser, aber ich hab null Plan warum! Ah, fuck! Ah, fuck! Deine Mannen haben eine Ausführung! Wow! Au! Tja, weg ist die Maske! Au! Oh, Alter! Na, machst du was? Machst du was? Machst du was? Boah, alter! Wie der mir gibt der Junge! Waaah Alter Und gleich bin ich schon wieder hin Wie der mir gibt, ey Konter! Konter! Und tot Ich check es nicht, ich check es wirklich nicht Aber bevor dann das wieder weiter geht, würde ich sagen, beenden wir das Ganze an dieser Stelle Ich danke mir immer recht herzlich fürs Zusehen Hoffe es hat euch trotzdem Fails jetzt gefallen Und ja, hoffe wir sehen uns dann beim nächsten Mal Haut rein!